Kianos Statement gesehen, genau darauf wollte ich auch noch heute reagieren, weil es ja auch mich irgendwo betrifft. Zwischenzeitlich leider auch irgendwie auf mich übertragen worden durch gewisse YouTuber wie KuchenTV. Und deswegen würde ich sagen, rein rein in die Masse, oder Leute? Wie eine fucking Reizgasattacke, weh ich jo. Was geht ab, Leute? An der Zeit ist mal ein bisschen Tacheles zu reden. Ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft drängt jemanden in so einen Moment erst recht noch mehr in diese Richtung. Ich schwöre dir, Bruder, genau so ist es. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview released haben, haben die meisten Leute das brutal gefühlt, weil die meisten Leute gespürt und gemerkt haben, wie, was für ein realer Typ der Kianos einfach ist. Kianos ist ein realer Motherfucker, Bruder. Kianos Statement gesehen, genau darauf wollte ich auch noch heute reagieren. Weil das passt ja auch zum Thema, Digga. Ich bin ja da auch irgendwo, irgendwo auch involviert und habe das heute angezeigt bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt tut es mir ein Alter. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das hier, wir müssen jetzt mal gucken, ob das hier alles auch funktioniert. Warte. Genau, Freunde. Ich habe mir vorhin auf YouTube ein bisschen rumgestöbert. Und dann habe ich gesehen, dass Mr. Rap ein Video gemacht hat zu Kianos' flache Erde Statement irgendwie. Damals bei mir im Interview, was schon, wie lange ist das her jetzt? Vier Jahre? Ungefähr? Drei Jahre? Drei bis vier Jahre irgendwie her ist. Immer noch Thema ist. Und da wurde anscheinend irgendwie ein Statement so abgegeben oder so. Ich habe mir das selber noch nicht angeguckt. Deswegen wollte ich das heute im Stream mit euch reinziehen. Und wenn ich irgendwie Live-Reactions mache oder so, dann will ich das auch immer so machen, dass es wirklich live ist. Weil ich finde das irgendwie geiler, wenn ich noch kein, wenn ich noch nicht voreingenommen an die Sache reingehe. Wenn ich mir noch nicht Gedanken mache, was ich jetzt erzähle und was ich nicht erzähle. Wäre vielleicht manchmal, ist vielleicht manchmal schlau. Machen glaube ich auch viele, einfach um sich ein bisschen vorzubereiten. Ach, Kianosch hat ein Video darüber gemacht, oder was? Nicht vom Mr. Rap, guck lieber von Kianosch selbst. Echt? Warte mal. Okay, dann muss ich einmal kurz hier... Ah ja, hier, Kianosch flache Erde Statement. I like that, man. Korrekt, danke für den Hinweis, Freunde. Ich küss euer Herz. Wie schon gesagt, Kianosch hat vor drei Jahren oder so bei mir im Interview mal über das Thema flache Erde geredet. Und wurde anscheinend bis heute noch damit konfrontiert. Auch mit dem Grund, warum das Video auf meinem Kanal auch nicht mehr vorhanden ist. Und ja, und jetzt hat er anscheinend irgendwie ein Statement dazu abgegeben. Und das würde ich mir gerne mal zu Gemüte führen, weil es ja auch mich irgendwo betrifft. Und deswegen würde ich sagen, rein da in die Masse, oder Leute? Wie eine fucking Reizgasattacke. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, allen geht's gut. Warum höre ich nix? Ich melde mich heute mit deinem Statement. Ich höre es nicht. Ah, jetzt ist dieser Fail wieder am Start, Bruder. Gib mir eine Sekunde, Freunde. Geht nicht durch die Kopfhörer. Ich muss das als Multi-Ausgabegerät machen, Bro. Warum höre ich den Scheiß jetzt nicht mehr? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, allen geht's gut. Yes, Sir. Einfach ein neues Multi-Ausgabegerät gemacht. Ah, Mann. Zurück zum Geschehen. Ich hab ja vorhin schon gesagt, Statement von Kianosch. Zwischenzeitlich leider auch irgendwie auf mich übertragen worden durch gewisse YouTuber wie KuchenTV, die dann irgendwelche Reactions gemacht haben und dann den Titel reingeschrieben haben. Leon Lovelock redet über die flache Erde. Wir gehen jetzt erstmal rein und gucken, was Kianosch dazu zu sagen hat. Ich melde mich heute mit deinem Statement-Video zu Wort, das ich schon seit einiger Zeit im Kopf habe. Hab so ein bisschen auf den richtigen Moment gewartet und denke, dass es jetzt langsam an der Zeit ist, mal ein bisschen Tacheles zu reden. Wie einige von euch wissen, gibt es jetzt schon seit ungefähr ein, zwei Jahren einige Videos und Interview-Ausschnitte von mir, die durchs Internet kursieren und mich jetzt nicht unbedingt in einem besonders hellen Licht strahlen lassen. Und dafür bin ich natürlich selbst verantwortlich, denn das, was geredet wurde, kam aus meinem Mund. Dazu kam dann im letzten Jahr noch meine kritische Haltung den Corona-Maßnahmen gegenüber und meine sehr unzensierte Art und Weise auf Twitch, wo ich eigentlich relativ ungefiltert meinen Gedanken freien Lauf lasse. Dazu gehört auch irgendwo fundiertes Wissen, definitiv auch undurchdachtes Rumphilosophieren und auch mal ein bisschen Scheiße labern. Tut jeder von uns. Davon kann ich mich nicht freisprechen, genauso wie jeder andere, der sich öffentlich hinter einer, ich sag mal, politisch korrekten Meinung versteckt, aber im privaten Umfeld über all diese Scheiße auch mal geredet hat, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ich bin halt so frei und zum Teil auch unkalkuliert, gebe ich zu, dass ich einfach rede, als ob ich im Wohnzimmer mit fünf Homies sitze. Das war halt auch der Vibe, gerade vom Commons Café so. Das war halt auch die Intention, dass man Gespräche kreiert, wo man das Gefühl hat, dass die zwei Jungs, die da gerade sitzen und reden, irgendwie privat gerade reden und so hatten die Leute halt auch das Gefühl, dass sie mit dabei sind. Viele Leute haben bei den Commons Cafés selber Shisha mitgeraucht auch und das war halt der Vibe auch so. Und dann war es halt so gewesen, dass man halt das Gefühl hatte, man redet privat und ich glaube, genau das meint er und dann redet man halt auch. Und wir kennen das alle aus dem Freundeskreis oder aus einer Shisha-Runde, wenn man mit Leuten zusammen ist. Wir philosophieren und reden alle über Dinge, die, wenn wir die in der Öffentlichkeit sagen würden, dann würden viele sich vielleicht darüber aufregen oder würden denken, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Typ, aber das ist normal. Weißt du, ich meine, deswegen fand ich es auch schade, dass man halt dann Ausschnitte genommen hat und dann einen Menschen irgendwie drei Jahre später noch damit konfrontiert und so, wo du gar nicht weißt, ob er seine Meinung vielleicht geändert hat oder ob er einfach nur so freie Schnauze rausgeredet hat oder weil er sich leiten lassen hat. Ich finde, es ist menschlich, wenn man, wenn man, wir kennen es alle, das wollte ich damit sagen, wir kennen es alle. Hinter der Kamera reden auch gerade aktuell, auch über die aktuellen Maßnahmen, viele Menschen, so auch viele, die sich in der Öffentlichkeit niemals dazu äußern würden, weil es einfach kalkuliert und durchdacht ist und weil sie halt Angst haben auch vor einem Shitstorm oder von Ausgrenzungen oder Sponsoren trennen sich. Der ist das, Digga, aber Kianosch, deswegen fand ich halt auch, für mich war das einer der schönsten Interviews, die ich je geführt habe, weil ich das Gefühl hatte, da sitzt ein Mensch, der halt auch wirklich immer das erzählt, was er gerade auf dem Herzen hat und einfach offen und ehrlich ist. Aber so eine Menschen kriegen dann halt leider oftmals dann auch das Payback dafür so. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähnliches Gedankengut haben, wenn nicht sogar noch schlimmer, aber halt so kalkuliert sind, dass sie genau darauf achten, was sie nach außen lassen und was nicht. Und sind wir ehrlich zueinander, wir alle wissen, dass diese Variante natürlich die intelligentere ist, wenn man sein Business priorisiert. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss oder irgendwas gerade zu liegen habe, weil mein Geschäft auf der Kippe steht oder so. Ich bin halt, ich bin jemand gewesen, der nicht viel mit dem Rest der Szene zu tun hatte, eher unterm Radar geflogen ist und dennoch kontinuierlich Qualität abgeliefert hat, was ein Wort hat. Mein letztes Album, Save, zählt ungefähr bis heute 100 Millionen Streams. Hat es irgendjemand auf dem Film, dass dieser Typ hier solche Zahlen auf ein Solo-Album bringt? Ich glaube nicht. Ich habe mich nie damit aufgeplussert. Auch an sich musste Life is Pain schon immer irgendwie seine Anerkennung erkämpfen über die ganzen Jahre. Aufgrund der privaten Umstände, die ich in meinem letzten Statement erläutert habe, für die, die es gesehen haben, kam es jedoch noch dazu, dass es bis auf die Kollabo-Sachen nicht viel Output von mir gab. Weder musikalisch noch allgemeine Präsenz. Dadurch ist irgendwann, glaube ich, das Gefühl entstanden, dass dieser ganze negative Scheiß alles andere überschattet hat. Und deshalb sitze ich heute hier und will ein paar Dinge klarstellen. Ich muss dazu sagen, dass ich finde, dass das auch gar nicht so krass negativ, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt so krass negative Auswirkungen hatte, zumindest damals so. Ich hatte eher das Gefühl, dass viele Leute das Gespräch mit Kianos gefeiert haben und bis heute sprechen mich Leute darauf an. Natürlich hat dieses eine Statement zu der einen Sache vielleicht irgendwie dann was aufgewirbelt, was aber auch erst anderthalb bis zwei Jahre später dann aufgewirbelt wurde. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview released haben, haben die meisten Leute das brutal gefühlt, weil die meisten Leute gespürt und gemerkt haben, was für ein realer Typ der Kianos einfach ist. Auch wenn man vielleicht nicht mit allen Sachen mitgeht, die er sagt oder nicht sagt, so Kianos ist ein realer Motherfucker, Bruder. Und das ist Fakt. Und das hat man gemerkt in diesem Interview. Ich finde es schade, dass das dafür gesorgt hat, dass dann irgendwie ein negatives Licht auf ihn gefallen ist. Bro, ich finde es auch schade, dass ich dann irgendwie vielleicht auch dafür gesorgt habe oder so. Ich sehe jetzt nicht die Schuld bei mir, weil jeder redet natürlich das, was er reden will. Aber damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das Interview mit ihm gemacht habe, wo wir mit PA über die Pyramiden geredet haben und so, Leute hatten Bock darauf, dass so eine Talks entstehen. Leute hatten Bock darauf, sowas zu sehen, wie wir philosophieren über Dinge, die vielleicht nicht jedes Mal angesprochen werden. Vor allen Dingen nicht von Leuten aus dem Rap. Also ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die sich das gegeben haben, dass alle auch irgendwo geil fanden. Nur weil dann, es ist halt schade, dann irgendwelche YouTuber haben sich dann zur Aufgabe genommen, zwei Jahre nachdem das Interview released wurde, weil ich und Kianos, glaube ich, dann halt in der Öffentlichkeit auch über diese aktuelle Pandemie geredet haben, haben sie dann halt nach Material gesucht, was sie hochholen können, um uns dumm dastehen zu lassen. Und das hat dann leider für einen negativen Vibe gesorgt. Ich finde, das Interview an sich war geil. Was sagt ihr dazu, Chad? Freunde, für mich ist es sehr wichtig, deutlich zu machen, was ich wirklich denke und wo ich selber sage, das war einfach Trash-Talk, als ich auf irgendeinem Film gewesen bin. Also ja, ich bin ein systemkritischer Typ. Ich glaube grundsätzlich nicht viel von dem, was die Medien mir servieren. Ich bin halt so, ich bin agnostisch veranlagt und gehe ganz klar davon aus, dass es viele böse Menschen in mächtigen Positionen gibt. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die in eine ähnliche Richtung denken wie ich. Aber da gilt es halt auch ganz klar zu betonen, dass ich genauso an das Gute glaube, an gute Menschen, die in mächtigen Positionen sind. Ja, halt an Menschen, die die Waagschale irgendwo halten und nicht nur kapitalistische Interesse verfolgen, sondern wirklich auch an die Interessen des Volkes denken und einfach Positives im Schilde fühlen. Sowas gibt es, denke ich, auch. Sonst wären wir im totalen Chaos versunken. Ich probiere mein Vertrauen so gut es geht in die Hände der Demokratie zu legen, wenn man das noch so nennen kann. Egal wie Antisystem ich bin, mir ist bewusst, aus welchem Land wir flüchten mussten und was für Möglichkeiten uns Deutschland geboten hat. Perspektivisch für mich und allein schon gesundheitlich für meinen Vater zum Beispiel. Die, die wissen, wissen es. Dafür werde ich diesem Land immer dankbar sein. Und mir ist wichtig, dass sich diese Teile meiner Gedanken genauso verbreiten, wie der ganze andere Scheiß. Weil das sind alles Facetten und Teile von mir. Da möchte ich die Gelegenheit auch direkt mal nutzen, um Folgendes klarzustellen, Freunde. Ich glaube nicht an die flache Erde. Das war einfach Trash-Talk. In dem Moment war ich einfach auf einem komischen Film und habe ein paar YouTube-Videos zu viel geguckt. Fertig aus. That's it. Ich habe keinen zu großen Stolz, um das offen zu sagen. Die Aussage war nicht besonders klug. Viele junge Leute gucken bestimmt auch zu. Und man muss halt vorsichtig sein mit solchen Sachen und solchen Theorien. Ich kann das separieren, aber es gibt auch Menschen, die komplett upspacen, Bro. Ich finde es gut, dass er sagt, dass er da einfach zu viele YouTube-Videos zu dem Thema gesehen hat und da speziell bei dem Thema irgendwie in einem gewissen Film drin war, weil er zu viel von anderen Leuten und von Videos und so beeinflusst wurde. Ich finde es gut, dass er nicht sagt, dass er gelogen hat und so tut, als ob er das nicht in dem Moment so gemeint hat. Weißt du, wie ich meine? Und ich persönlich muss sagen, ich habe mir das auch gerne angehört. Weißt du, wie ich meine? Weil es gibt ja Leute, die denken, dass ich auch denke, dass die Erde flach ist und so. Habe ich nie gedacht. Habe ich nie gedacht. Ich habe mir es auch einfach nur gerne angehört. Genauso wie ihr da draußen es euch gerne angehört habt. Zu dem Zeitpunkt hat noch keiner von euch irgendwie einen Shitstorm auf Kianosch gemacht oder so. Erst wo andere YouTuber KuchenTV etc. das rausgeholt haben und dann irgendwie sich darüber lustig gemacht haben. Ich habe mir das auch einfach gerne angehört. Das merkt man auch in dem Interview. Ich war irgendwo, wie sagt man, einfach so curious, neugierig. Was denken die? Was gibt es da noch? Weißt du, ich war nie auch der Meinung, dass die Erde flach ist. Es ist halt, ich glaube, so eine Menschen wie wir, die halt Antisystem irgendwo sind, natürlich auch Liebe für Deutschland haben. Finde ich auch gut, dass er das auch gesagt hat, weil das ging mir jetzt zum Beispiel auch so, wo ich in Mexiko war, wusste ich die Dinge, die wir in Deutschland hier haben, wusste ich definitiv viel mehr zu schätzen und habe auch viel mehr realisiert, was das für ein Land hier ist und was für eine Vorteile wir hier haben. Aber ich glaube halt, so eine open-minded Menschen, die auch ein bisschen crazy sind und sich gerne mal auch Dinge outside the box irgendwie reinziehen, die beschäftigen sich dann vielleicht manchmal zu viel mit irgendeinem Thema und sind dann vielleicht in dem Moment überzeugt davon. Und dann kommt halt sowas bei raus. Ich finde es gut, dass er jetzt so ein Statement abgibt und einfach mal ehrlich sagt, was da der Fall war. Aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie schade, dass er das überhaupt muss. Ich habe immer so Gedanken oder Fragen eingepflanzt bekommen in ihrem Gehirn. Wie es dazu gekommen ist, dass ich sowas überhaupt gesagt habe, an der Stelle wahrscheinlich mangelnde Bildung in der Hinsicht. Deswegen sage ich hier auch ganz klar, dass es ganz wichtig ist, euch zu bilden, Leute. Probiert so viel Wissen wie möglich mitzunehmen. Da seid niemals der arroganten Annahme, dass schulische Bildung die einzige Form von Intelligenz ist. Auch Street-Smartness nenne ich das jetzt mal einfach. Ist sehr wichtig, wenn es darum geht, durchs Leben zu kommen. Vor allem im selbstständigen Bereich. Da musst du dir halt irgendwie auch selbst helfen und wissen, was abgeht. Auf jeden Fall war das Bullshit. Mess mich bitte nicht an dieser Aussage. Was Corona angeht, bin ich nach wie vor der Meinung, dass unsere Bundesregierung viel Scheiße gebaut hat und teilweise immer noch baut. Vieles von dem, was ich vor einem Jahr gesagt habe, ist heute keine Theorie mehr. Aber nichtsdestotrotz bin ich kein Politiker oder Journalist, sondern Musiker. Es gibt mittlerweile ein Impfangebot für jeden. Jeder sollte das Recht haben, selber zu entscheiden. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung und fertig raus. Korrigiert mich, wenn es irgendwie anders sein soll. Fühle ich. Was ich schwierig finde, ist in diesem gesamten Cancel-Culture-Ding, dieses Verurteilen und mit tausend Mann draufhauen. Wenn ich jemanden sehe, der etwas Problematisches sagt oder offensichtlich nichts Schlechtes im Herzen hat, dann probiere ich ihn auf seine Fehler hinzuweisen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft drängt jemanden in so einem Moment erst recht noch mehr in diese Richtung. Ich schwöre dir, Bruder. Ich schwöre dir. Genau so ist es. Ich bin ein Charakter, also mein Charakter ist stark. Und ich habe... Das hat man auch gemerkt bei vielen Menschen so. Weißt du, wie ich meine? Weil ich persönlich würde von mir selber behaupten, dass ich es geschafft habe, mich dann irgendwie da rauszuziehen. Und das war auch meine Intention, mich dann da rauszuziehen und nicht noch intensiver in die Kerbe da reinzuschlagen. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich beschäftige mich mittlerweile viel zu viel mit diesem ganzen Scheiß. Und gucke mir immer mehr an und immer mehr. Und dann gehst du immer tiefer in so eine Dinge rein. Und dann glaubst du vielleicht irgendwann auch an Dinge, die überhaupt nicht irgendwas mehr mit der Realität zu tun haben. Wie zum Beispiel, dass die Erde flach ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das liegt dann daran, weil du vielleicht dann Gegenwind bekommst, gecancelt wirst, irgendwie beleidigt wirst, ausgegrenzt wirst und du dich dann immer mehr mit der Scheiße beschäftigst. Und ich sage euch ehrlich, ich habe letztens wieder an der Seite ein Video angezeigt bekommen von Attila Hildmann. Und ja, Digga, auf diese Dokumentation, da können wir auch nochmal drauf reagieren, weil da hätte ich auch einige Dinge zu sagen. Weil ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es bei dem Kollegen auch der Fall war. So, dass er dadurch, dass er diesen Gegenwind bekommen hat, immer tiefer in die Scheiße reingeraten ist und dann irgendwann Dinge gemacht hat und erzählt hat, die man gar nicht, die so, wo ich jetzt persönlich sogar sagen kann, kann ich nicht nachvollziehen. Weißt du, wie ich meine? Ein sehr, sehr stabiles Umfeld. Deshalb muss man sich bei mir, denke ich, keine Sorgen machen. Aber ich sehe ganz oft Leute, wie die gecancelt werden und dann erst recht in diese Richtung abschweifen, wegen der sie gecancelt wurden. Und das kann auf Dauer überhaupt nicht gesund sein. Korrigiert mich ebenfalls, wenn ich falsch liege. Wenn bei jemandem ein gefährliches Gedankengut verankert ist, Bro, dann passiert es, dass er abdriftet. Dass diese Person am Rande der Gesellschaft landet. Aber grundsätzlich sollten wir probieren, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. True. Ja, das sind wichtige Dinge gerade für mich, die ich loswerden muss. Brutal, Bro. Es ist ebenfalls auch noch wichtig, etwas zu sagen, ohne jetzt das Gefühl zu vermitteln, dass ich mich irgendwie krampfhaft verbiegen will. Das ist irgendwie absolut nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin und werde immer derselbe bleiben und wahrscheinlich wird meine Meinung nie Axel Springer-konform in die Mitte der Gesellschaft passen, Bro. Aber ich bin kein Aluhutträger, Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendein Scheiß. Ich bin einfach ein Junge von der Straße, Bro. Und die Straße hat leider kein Abitur. Aber dennoch stehe ich zu meinen Fehlern, wenn ich irgendwo Scheiße gelabert habe und in diesem Interview mit Leon Lovelock war das halt definitiv der Fall. Ganz klar. Leute, ich küss eure Herzen. Haut's mir nochmal erwähnt, Digga. Was geht ab, Bro? Grüße geht raus. Mein Name ist Kianosch. Ich habe brutale Musik für euch und das ist das, worum es in der nächsten Zeit gehen sollte. Ich bin erstmal raus. Ganz viel Liebe. Bis dann. Peace. Finde ich gut, Digga. Muss ich ehrlich sagen, Bro. Finde ich ein sehr gutes Statement. Finde ich, hat er auch gut auf den Punkt gebracht und ich finde es auch geil, dass er jetzt sich da nicht irgendwie verbogen hat und so getan hat, als ob er nie irgendwie mal outside the box gedacht hat oder systemkritisch war oder so. Ich finde, das hat er gut gesagt, Bro. Was sagt ihr dazu, Freunde? Einer sagt, das Statement hat er doch nur gemacht, um wieder ein bisschen ins Spotlight zu kommen. Meinst du, Digga? Glaube ich nicht, Bro. Ich glaube, die Hauptintention da ist einfach, dass die Leute ihn einmal verstehen, was das Thema angeht, weil das Thema halt auch aufgewirbelt wurde und ja, es kann doch wirklich sein, dass er seine Meinung in der Hinsicht geändert hat, Bro und nicht mehr davon überzeugt ist und dann finde ich es gut, dass er das dann auch erzählt. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass er es muss überhaupt, aber ich finde es gut, dass er es gemacht hat und ich finde auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, finde ich eigentlich cool, Digga. Hat Props verdient, Digga. Da gehören auch Eier dazu, sich da hinzusetzen und zu sagen so, ey, ich sehe manche Dinge mittlerweile anders so. Aber das Paradoxum ist ja, wie das entstanden ist überhaupt. Weißt du? Wie das überhaupt dazu gekommen ist, weil, wie gesagt, nach dem Interview hat kein Schwanz darüber geredet, was er da gesagt hat. Kein Schwanz. Nur weil drei Jahre später halt irgendeiner das rausgeholt hat und darauf reagiert hat mit großer Reichweite, schöne Grüße gehen raus an das Küchen, so, das hat dann dazu getrieben und das hat auch dazu getrieben, dass er jetzt ein Statement abgibt. Sonst wäre das einfach in Vergessenheit geraten, Bro, hat kein Gehookt. Er wurde da halt deswegen oft als dumm hingestellt, deswegen wahrscheinlich das Statement. Ja, finde ich auch dumm, dass Leute das dann so machen, Digga. Und deswegen ist das Statement auch vollkommen okay, Bro. Wenn er das auf dem Herzen hatte, soll er es doch loslassen, Digga. Ist doch cool.